Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Die Temperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs, Lebenserhaltung ist wieder online. Wir nähern uns dem NAV-Punkt, den uns Sokka Esov auf Aya genannt hat. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Die Ressourcen in diesem Gebiet sind begrenzt. Hier hat ein Kampf stattgefunden. Aber ich sehe nirgendwo Leichen. Wir haben sie gefunden. In Scans zufolge enthalten diese Kisten angaranische Waffen. Na, das ist ja mal interessant. Was für ein raffinierter Bastard. Dieser Händler gehört zum Widerstand. Oh, hat es Sokka nicht erwähnt, dass er uns manchmal aushilft? Oh, hat es Sokka nicht erwähnt. Oh, hat es Sokka nicht erwähnt. Das Sokka nicht erwähnt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extragieren. 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 Achtung, Reliktstätte voraus. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extragieren. ätig Appiah Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Die Mineralien an dieser Position wurden abgebaut. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Die Ressourcen in diesem Gebiet sind begrenzt. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.